Es gibt gute Folgen, schlechte Folgen, das Schicksalbeschlechte Folgen. Hallo und herzlich willkommen zu Bogger von Game. Let's play Little Big Planet. Alle vier sind dabei. Mein Name ist El Capitan und mit dabei ist Playbeat, Chucky Chang und Konsole. Unendliche Weiten in Little Big Planet. Wir spielen dieses wunderbares Spiel, um euch zu unterhalten, auf neuen Pfaden, auf neuen Wegen. Das sind die neuen Abenteuer von Bock auf'n Game, Joba. Bock auf'n Cock, hä? Was? Auf'n Cocktail, oder was? Ey, warte mal. Kennt ihr noch die Cocktails? Wuhu. Stopp mal. Stopp mal. Stopp, wir kennen doch dieses Lappig. Ja, stopp. Break, okay, ich geh mal raus. Stopp in the name of love. Okay, warte, 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 zurück zu Kahl. Before you break my heart. Stopp in the name of love. Before you break my heart. Ey, Jungs, sind wir nicht gut genug für Popstars? Ja, aber ist Popstars gut genug für uns? Noch nicht. Wir geben denen noch ein, zwei Jährchen. Ja, ein, zwei haben die noch. Können auch ein bisschen an ihrer, weiß nicht, an der ganzen Struktur auch feilen, ne? Ja, also hatten wir schon. Nächstes. Ja, sorry. Das kommt alles mit auf die Aufnahme, ist egal. Haben wir das schon mal gespielt? Ich weiß es nicht genau. Wir sind Noobs, das passiert. Behalte littlebigplanet.com für Neuigkeiten und anderen Schabernack im Auge. Denkt stärker nach. Okay, warte mal. Fuck, Bock, Lable and Game. Was? Fuck. Ja, das ist eine gute Folge. Das ist echt eine gute Folge. Gut los hier. Bügelt die Knitterfalten weg. Hier los. Musst du noch was drücken, oder? Den, 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 den. Vielen Dank. Das ist die zweite Strophe, die kennt kaum einer. Das ist ja ein Heavy Metal Song eigentlich, ne? Ja. Ja, aber mit so Eulnuchengesang. Ich hab noch einen neuen Song gleich für uns. Den kann jeder, glaube ich, mit. 99 neue Songs? Pass auf, dann kann er, glaube ich, wirklich, kann ich den nur? Tausend Mal berührt. Ja, dann können wir gleich. Nein, nein, ich hab was Besseres. Tausendmal gespielt Tausendmal ist nix passiert Tausend und ein Level Und er sagt Boom, schlack, schlack, schlack gemacht Und es hat schlack, schlack, schlack gemacht Genau, so war das Boom, schlack, schlack gemacht Ich verstehe nicht, warum wir hier die anderen sind Ich wäre so gerne dieses Viech hier Ich wäre so gerne Millionär Achso, Abonnenten Ich kann fliegen, was ist denn hier los? Hallo Mama? Ja, ich komme später nach Hause Ich spiele mit meinen Freunden Wir, let's playen Ja, tschüss Hier bewegt sich gar nix Ich wäre so gerne Millionär In der Berliner Version, ne? Ich wäre so gerne Millionär In der Berliner Version, ne? Ich wäre so gerne Millionär Ich wäre so gerne Millionär Das ist ja auch noch irgendwas, oder? Das ist spät abgestürzt Abgeschmiert Abgestürzt In der Nacht Alter, da muss aber viel schneiden Schnapp 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 Now what you hear is not a test Wir spielen in dieses Spiel Und los geht's Es geht wieder los Endlich Aufstellung Bequere die Brücke Komm, komm, komm Los, los, los Oh shit Das ist ja Ende Warum ist hier Ende? Ich glaube wir sollten alle uns sitzen Oh shit Okay, alles klar Dreh dich Oh Oh Was? Räuber Die Liebe Gehen auf Ganoventür Doch zwei ganz Liebe Sind schon auf ihrer Spur Ist der Fall auch schwer Der Weg auf der Seite Sind stets für dich bereit Pop, 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 auf den Game Spiele des Rechts Pop, 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 auf den Game La, 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 la Die Böden geht dir schlecht Wir spielen in jedes Level Egal was hier Nichts passiert Was ist denn los? Ich hoffe, dass ihr uns abonniert Pop, 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 auf den Game Was ist denn los? Ey, das ist ohne Scheiß Wir müssen den Zuschauern mal sagen Wann das Album rauskommt Das Album? Ja, alle YouTuber Du meinst zum Beispiel mit Hits wie Vielen Dank Für die Abos Aus Abos Genau Ja, das stimmt nicht. Ich spreng mich in die Luft hier. Was? Nein, Chucky! Und mich jetzt auch, warte Achtung! Ja, dann sprengen wir uns alle in die Luft. Bäm! Ich renne einfach weiter. Kommentieren, onanieren, abonnieren. Das ist ein Singlespiel, ich bin Elka. Hallo! Irgendwann kommt man bestimmt irgendwo hin. Ich will zum Endgegner. Ähm, Kapo? Oh Mann, ey. Wir hätten alle uns in Hunde verwandeln müssen. Was für Hunde dann? Hunde! Wann? In dieser Hunde? Wie verwandeln wir uns in Hunde? Ja? Wie denn? Bist du das gar nicht, oder? Was bin ich denn? Wie geil ist das denn? Was hast du denn für ein Dinosaurier? Oh nein, ich sehe aus wie ein anderer. Scheiße! Oh fuck! Bring da rüber! Du schriegst rüber. Wollte ich! Gegen dich! Ja, und jetzt? Das ist ein Fehler. Echt? Fehler im System. Was passiert, wenn wir hier weitergehen? Nein, das haben wir doch schon mal gemacht! Ja? Oh, was für die Scheiße! Ah, fuck ey! Also wir müssen da rüber! Das ist die schisseste Folge überhaupt! Nein, das ist die beste Folge! Oh, oh! Okay, okay, okay! Stopp! 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 Hallo! Warte mal! Können wir mal lesen, was da steht? Da wird ja Po schnuppern! Was soll ich jetzt mal vorstellen hier? Geh über die Brücke zur Zekurat! Aber guck mal, da unten steht installiert. Heißt das irgendwas? Geh über die Brücke zum Zekurat! Ne! Von da, hier! Ne, von da sind wir vorne! Er ist auch hier runtergekommen! Ja, nein! Scheiße! Nein, du Vollhorst! Wir sind hier unten! Ah, ich bin werder! So! Was steht da? Rollen? Kleiner Rollen? Er hat's drauf! Er hat's drauf! So, hier drüben! Hier drüben kann man auch hinspringen! Ne, falsche Richtung! Da hin! Nein, nein! Wohin? Wohin? Ich wollte da rüberspringen! Hat nicht geklappt! Wiii! Alter, sind wir zu blöde oder was? Okay, nicht schlecht, nicht schlecht! Ist ne gute Folge! Ist ne gute Folge! Kann man auf jeden Fall machen! Wir gehen zurück zur Karte! Das stimmt doch hier alles nicht! Der Konsol ist aus Versehen! Unter dem Meer! Unter dem Meer! Da ist es nasser! Das Wasser ist krasser! Unter dem Meer! Muss der Ole jetzt schon los! Dann werden wir jetzt hier schnell wenden! Oh Mann! Was machen wir denn? Da wenden wir jetzt hier! Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen! Tschüss! Das ist doch kein Ende! Das war... Ich schneid das dann so, dass es dann Sinn macht! Tschüss! 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 Ne! Also okay! Die anderen sind jetzt alle weg, ich bin noch da! Also liebe Abonnenten, ich wollte euch noch eine kleine Geschichte erzählen! Es gibt gute Folgen, schlechte Folgen! Das Schicksal beschlechte Folgen! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020